Auf die hat sie normalerweise sowas wie Erbsen oder Reinigung geschrieben. Doch eines Abends, als ich von einer ihrer Sitzungen zurückkam, schrieb sie einen Satz von Lacan drauf. Je gemeiner ihr seid, umso besser geht es. Ich hab gelächelt, aber wohl zu Unrecht. Zu der Zeit war er noch im Programm, aber sie sollte ihn in die Tat umsetzen.